Ich würde stehen, etwas schälen und erzählen, dass Mama nicht kommt. Sie hat aber Rivella nicht so gerne. Sie macht am liebsten Weisskass. Schauen Sie mal an. Was? Ja, das 13. Huh! Bringt die jetzt auch nicht Unglück? Oder das 13? Woher denn? Bis jetzt hat mir das 13 immer noch nicht Glück gebracht. Ach, das ist schön. Ja. Vielleicht bringt es mir ja jetzt auch ein bisschen Glück. Ah, ja, ja, ganz bestimmt. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spass beim Posten. Äh, CNC? Ja. Wäre damit eine ideale Ergänzung zum 13. Ah, ja, ja, ja. Go! Ja, ja, das macht eine Summe 20. 20, genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Schauen Sie mal mit den 11. Vielleicht könnten wir uns das mit anderen Fällen noch mit anderen Fällen als Mathematik beschäftigen. Ja, natürlich. Öpp und mittel. Und doch, B. Jetzt! Vielen Dank.